Ab'n Spieler. Level 41. Der wollte seinen Repeater planten. Aber du wolltest ihn nicht lassen. Nö, er hat nur einen Tepp gekriegt. Das war'n von mir. Alter, aber HALAHA! Was? Oh! Ist die gestorben, oder? Das ist erschreckt. Äh, Mann. Weißt du, wie lange ich dich schon sehe? Ich war ja auch konzentriert, oder nicht? Hast du schon gesehen, dass ich ja grad einen weggemüttert habe, da. Nur in Level 41er. Ah, traust du ihn nicht gesehen zu werden, wa? Kannst du mit dem Film nicht umgehen, Arme? Ha, 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 ha!! Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde! Endlich geht es mit dem besten Part von der Questreihe The Terror Group Trail weiter, mit Part 16, in dem wir von den verrückten Scaps, die auf Shoreline und Lighthouse spawnen konnten, 10 Obdollboss Endstims besorgen müssen. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, wenn ich sage, dass dieser Part wohl die meiste Action zu bieten hatte, beziehungsweise dazu geführt hat, dass man sich andauernd in die PMC-Fights stürzen musste, um ja noch einen Stim zu ergaunern. Viel mehr will ich auch gar nicht spoilern. Hat Hammer Spaß gemacht, gab super Fights und Situationen, die ich euch in diesem Video zusammengepasst habe. Haut gerne in die Kommentare, ob ihr diesen Part der Questreihe auch so gefeiert habt. Das war es aber an dieser Stelle auch schon wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Was ist hier unten? Äh, beim Steinen, nah am, äh... Äh, gesehen. Ich schieße. Keine Muni. Muss nachladen. Links ist auch noch wer. Oh, hier ist ganz close einer. Ich... Ich hab einen. Ich bin tot. Ich weiß nicht, was da auf mich schießt. War der, den du hattest? War der nah oder... Relativ beim Berg hinten irgendwo. Okay, ich hatte noch einen in der Ditch. Der war, äh, zwischen LKW und dir. Ah ja, okay. Ruhig. Oh, Gott. Die kamen von hinten, das ist wer anders. Nee, der hat sich umlaufen, oder? Weiß ich nicht. Guck, ich bin tot. Warte. Pass auf. Loote den schnell. Der ist leer. Ist egal. Den, den du gekehlt hast noch, davor? Der ist vorne an der Dings, aber ich glaube die sind noch hier vorne. Hier ist der, den ich abgeknallt habe. Leer. Leer. Fiktion. Ding. Das. abaOhio. Daniel. Guck. Wm. Betrauzerhoff ins Julian. Elias. So, da ist ein Scarf. Hab ich den schon gelootet? Ne, ne? Fuck you, Alter. Das bist nicht du. Ne, doch. Das ist dein Helm. Hast du eine Schrotze aufgesammelt? Du bist gelootet. Der hat doch noch einer gelebt. Der hat sich die Obdolvos-Dinger geschnappt und ist abgehauen. So ein Obdolvos als Belohnung wäre jetzt noch cool gewesen. So, vorwiegen so ein nice try, weißt du. Kommt kurz der Weihnachtsmannsgaff vorbei und sagt, hier, bei der Center. Ist zwar noch nicht Weihnachten, aber bevor du weiter weinst. Ja, der eine Dude. Deswegen sage ich, der Typ, der bei mir ankam, der kam von hinten alleine. Das ist nicht der Typ, den du hattest, der den geflankt hat. Krallemeister und Kneppucker. Gani, wann gehst du zum Barbie-Kino-Verg... Ja, danke, Blatter. Okay. Okay. Alter, rechts, oder nicht? Nee, links. Rechts, rechts. Die rushen dich aber. Warum habe ich keine Ausdauer? Einen habe ich. Wo ist der nächste? Ah, ich soll die nicht in die Dings-Pocket packen, ne? Okay. Ne. Zwei Stück. Lass uns weit weg rein. Wieder zurück. Ausgang. Puh. Wo bist du? Da vorne. Shit. Hat dich wer angeschossen? Nee, aber es wird weiter geschossen auf die Scavs. Warte, ich werde auch noch ne Nate ganz vorne hin. Warte. Oh, da ist er. Shit, 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 shit. Nate ist raus. Ganz vorne. Nein, 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 ich bin doch da. Die ist genau auf mir gelandet, Mann. Bist du weiter nach vorne gerannt? Ich habe gesagt, warte, ich bin Nate geht nach vorne. Der war geradeaus auf dem Hügel da. Äh. Da ist ein Scav. Aber ich suche den Spieler. Ich suche den Spieler, aber ich... Der schießt auch nicht über mich. Ja, ich höre ne... Was ist hier? Dass er da sitzen könnte. Einfach unter dir. Naar. Naar. Na gut, jetzt werde ich in die anderen wieder rein. Ja egal, nimm meine Magazine mit, schmeiß den Rest auf den Boden. Ja genau, jetzt bin ich tot, weil es schlau war hier noch zu stehen, weil nicht alle anderen herkommen. Mann bist du blöd, du sollst auch immer deinen für Stunt benutzen. Das ganze Vermögen durch die Skephron. Es ist ja, um Vermögen aufzubauen, kann ich auch nur jedem nahelegen. Um Vermögen aufzubauen, sind Skephrons definitiv gut, weil du verlierst halt nix und kannst halt nur maximal gewinnen. Also von daher, das einzige was du halt dann nicht hast, ist dein PMC Progress und dann musst du halt gucken, was bringt dir die ganze Kohle, wenn du dir am Ende Ewigkeiten nicht die Waffen holen kannst oder die Attachments, die du für ein gutes Setup brauchst. Hab ich grad was gehört? Ich seh ihn nur nicht, ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Aber ja, uns. Ich seh ihn. Er geht rechts, ich bin tot. Impact oder was? Ich bin, ne, 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 das war, glaub ich, ein cleaner Headshot gesilenced von weit weg. Ne, ne, eine Granate ist bei dir explodiert. Hä? Ja, ja. Okay, ich hab den, ja, es war ein Skeph. Ja. Da müssen ja aber die Spieler auch herkommen jetzt. Naja, die sind jetzt da unten links. Ach komm, ein Sniper von hinter mir. Ja, ja, genau. Ja, ja, von hinten kommt da irgendwo so ein Affe an leider. Man kann's ihn ja auch nicht verdenken. SHD? Warte, 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 bis er runter geht. Das klang schon nah. Naja. 1K lebt hier aber noch. Fendt auf dem Holz. Kannst du noch hinten abdecken? Ich will hier nicht so hocken bleiben. Ich würde eigentlich dummer umgehen wollen. Tönen rennen. Irgendwer legt sich hin. Müsst hier ab dem Stein liegen. Na, 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 du. Hast du den Spieler schuld? Nee. Jetzt hat mich der Spieler. Von links weiter. Von links? Oh, der. Ja, der Ort war vom Stein da. Vom Stein. Okay. Gerade zu und guckst nach rechts. Der hat doch hier gerade nachgeladen, der Arsch. Da war's oben drauf. Kann auch sein. Loll. Ja, da ist was. Der hat sich aus der Nähe abgelehnt. Ich hab auf jeden Fall einen Crash geklittet. Ich hab auf jeden Fall einen Crash geklittet. Hi Basti. Kurz, kurz einen kleinen Mini-Herzempfang gehabt. Als die Nate grad kam. Oh. Wo sind die anderen Scafs? Hinten beim Haus. Hast du den schon durch Suchtasche? Ja, ja, hab ich schon. Wo hinten beim Haus? Bei dem hier? Nein, noch weiter geradezu. Da. Bei dem Haus waren die. Da muss einer tot sein. Und einer muss noch leben. Das bin ich. Das bin ich. Okay. Ja, ja, ich siehs. Ist okay, wenn ich jetzt bloß die Dinger nehme, oder? Ja, 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 ja. Hier ist keiner mehr. Der ist schon tot. Der eine, der noch gelebt hat, den hab ich gerade erschossen. Aber hier waren drei, oder nicht? Naja, der Typ hat doch irgendwo einen erledigt. Hier hinten. Ne. Doch hier. Du weißt es, wenn der jetzt zwei dabei gehabt hat? Der hat keine zwei dabei. Das weiß ich. Woher? Weiß ich nicht. So. Mit O. Schönes dick. Ich hatte als erstes. Ja, ja. Du hattest als erstes. Du weißt, ich bin schon bei zwei, du bist noch bei 1,8. Halt die Kappe jetzt. Oh mein Gott. Ja, wollen wir gleich die Verfluchten abfahren, oder was? Ja. Wenn ich nicht richtig? Doch. Ja. Du kannst da außen rum, ich renne hier vorne die Straße runter. Warte, die Verfluchten. Die Verrückten, ne. Ich weiß, was du meinst. Die Verwirrten. Das war aufpassen. Nicht, dass die da oben welche sind, die uns denn wegballern können, ne? Ja, ja. Wird eh passieren. Ich bin gleich tot. Ich hab's im Gefühl gerade. Ich hör auf jeden Fall was laufen hier. Ist doch gut, Junge, hör auf! Wo bist du, damit ich dich nicht abknall? Hier vorne bei der Holze, der hat man schon. Hier redet noch was bei mir. Ich bin tot! Nicht tot! Knall ihn ab! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Die Universität. Hey, sowas! Ich bin tot! Jetzt ist das... Aber ich bin tot! Ich bin links, renne ich ums Haus immer rum. Hör dich am Holz. Wo sind die? Tod, ich hab sie alle getötet. Alle? Drei Stück. Deck mich mal lieber ab, ey. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Dann geh in so ne scheiß Hütte hier rein. Ich muss die doch looten. Rennst du hierher? Ich renne hierher. Wo hab ich denn den anderen erschossen? Ach, weiter oben. Ja, warte. Ja, da ist einer. Ja. Ja, denn am besten gehst du gleich raus, wa? Ja. Wichser! Spieler wollte mich abschießen. Uh, Leute, Alter. Das ist nix für mein Herz, ey. Welche Kinder hatten da gerade so komisch geschossen? War das von uns? Ne, ne. Äh, die überziehen mich nach hier vorne, Leute. Wer ist hier unten am Zaun? Zaun ist keiner. Er hat mich. Ist tot. Alles gut, ich hab ihn gerade noch. Ich hab halt nicht, weil ich dachte, das ist einer von euch. Wie kämen wir denn dahin? Alles gut. Das ist immerhin die Unsicherheit, wenn man in der Gruppe spielt. Das kann ich schon verstehen. Das hatte ich auch das eine Mal. Achso. Ich hab Diablo abgefahren. MK47 hast du nicht gespielt, ne? Ne, so schnell kann er nicht looten. Warte mal, ich glaub, der hat schon einen anderen Spieler klargemacht. Warte, ich mach kurz Stamina. Ich hör die auch nicht. Ich glaub, die sind schon dort. Die liegen hier schon irgendwo tot rum. Ansonsten hätten wir sie schon gehört. Oh Gott, dieser Headshot. Hide, hide in meine fucking Fresse. Gänsehaut am ganzen Körper. Oh mein Gott. Vor uns. Hm, ist da. Spieler an der roten Hütte. Mhm. Ich hab die Busche. Hab ihn. Ach, hab ich einen Mehl heute wieder. Du bist aber nicht alleine. Oder doch. Okay, aber... Ja, cool ist. So. wir kamen sahen und verteilt wo zum tefel hat der mit seiner m4 geschossen gerade halt die fresse ja das habe ich erst habe ihn Was, ich bin gleich tot? Der wurde angesnipet Echt jetzt? Der wurde glaube ich nicht angesnipet Der hat gegen den Stein selber Prefired Möglich ist das Mir auch scheißegal, ist nicht mehr mein Loot Achso, jetzt habe ich seine Taschen nicht durchsucht Wegen den Scavi Boys Naja, ich glaube er hat sie schon alle Hier läuft glaube ich nichts mehr rum Das Prefired hatte ich gehört Ja, aber ich könnte wetten Da wurde er davor getroffen und hat geschrien Hat der nicht einen Bruch gehabt? Ist egal, auf jeden Fall hat er mich nicht erschossen Du hast recht, ich habe ihn nicht erschossen Aber hat der Sniper sich verpisst? Anstatt mich auch noch zu erschießen? Hat der Sniper vielleicht denn die Dinger eingesammelt? Waren die im Fight? Keine Ahnung Auf jeden Fall habe ich niemanden gehört Das hat keiner auf mich geschossen Was hat er den? Was ist das? scheiße ohne sind spieler ja ist klar alter ist klar ich habe einen nee das war ich nee der ist bei mir umgefallen nein der ist bei mir umgefallen wenn er ein obdolvers hat raus habe ich ja ok dann raus damit zwei stück hast du ja wenn mich jetzt hier abknallt vor diesen kleinen strichern dreh ich ab ruby kian vielen dank für deinen follow schönes namen ist herzlich willkommen ich sag denen die sollen das lassen ich sag denen die sollen das lassen weiß ich jetzt nicht 20 oder 10 10 stück braucht man deiner hatte keinen doch einen ich wollte auch noch rüber aber an der stelle ist wasser ich kam nicht drüber gesprungen kann es ja nicht weil du zu feucht wirst und dann sagt takov nö wir sind wirklich gut gespawnt weil weiß ich noch nicht nix hörst ne ich höre nix wieder wieder ja scheiße und ab gehts attacke junge attacke na gebe ruhig vor lass dich weglasern piu piu rechts was rechts irgendwas hier da unten am wasser ist da unten meiner echt jetzt ja oh scheiße ah er ist aber leer nein verdammt h spieler oh ah jetzt hast du beide weg hintertort ne ja ja deck mich eben bitte ja ja guck rein da ja ja guck rein da ja guck rein da Brauchst du in die Tasche gucken, ne? Echt jetzt? Ja, woanders hat er das nicht. Achso. Entweder der hat es in der Hosentasche oder er hat es nicht. Wo war der andere jetzt? Weiß ich nicht. Du hast ihn abgerotzt. Scheiße. Hier war der, hat er oben. Da oben auf dem Stein. Ja, er hat. Ist ja gut. Er looted weiter. Ja, ist ja gut. Okay, ich werde beschossen. Ja, von hinter uns. Was heißt hinter uns? Wo wir herkamen. Echt jetzt? Bei mir rindt einer. Warum stirbt der nicht? Sam ruhig. Einen habe ich. Oh, komm. Hm. Oh, smart. Oh, no. Sollte Oh Gott! Stimmt! Alter! Ich habe den auch gerade gesehen und ich denke, hä? Pass auf nicht, dass du von oben gleich beschossen wirst. Das ist ein Spieler. Ja, der hat aber inne gehalten wahrscheinlich. Wer schießt auf ihn? Wasser? Ich bin hier im Wasser. So, bist du im Wasser getüppelt? Weiß ich nicht. Ach, Alter. Ich renne jetzt auch noch links ins Village. Hier rechts ist noch ein... ...und... ... 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